Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar gucken wir heute in die kleine Kurzdemo Carbon Steel rein. Und wir starten mal direkt The Game. Und gucken mal, was uns da drin erwartet. In Carbon Steel. Shuttle 4. Passport. Shuttle 8. Achso, wir reisen erst dahin, oder was? You. Das ist ich. Hallo? Papers, please. Gar kein Problem. Bitte schön. Nimm doch! Achso. Äh, ja. Ach, da unten. Ha. Verliest. Dürfen wir rein, oder? Shuttle 1. Ich kann mich aber auch nicht bewegen. Also, wir sind im Shuttle. Sehr klar. Shuttle 1. Und wir nehmen den Entrance 52? Okay. Achso, jetzt kann ich aussteigen. Hey, hey, hey. Hey. Du hast einen richtig wichtigen Job. Danke. Hätte ich was mitnehmen sollen? Tschau. Viel Spaß. Das ist ein Camp. Okay. Äh, Kamera. Hallo? Okay. Oh, Gesichtserkennung. Das ist mal bescheuert. Okay. Alter, das schreckt mich doch mal. Greetings from the research team. You will be carrying out the main sample pool from the pit. Which hosts is, hosts a multi, multitude of pressure treatment organism. After the pool is successfully completed, you will hang the... Kannst du aber auch früh sein enten? Over the team. As we discussed, this job will take a total of three days. We are still in the middle of the setting up to... A setting up some of the equipment. Please enter your holding south. Äh, okay. Was, was machst du denn? What is happening? Was ist denn hier los? Kann ich hier... Ich... Wollte doch nur gucken. Ähm... Ähm... Also... Äh, wo sind wir hier? Bei Big Brother? Wann ist hier... Hier ist... Hier schläft man. Kannst du hier Kamera aus und so? Privatsphäre? George... Und... Oh Gott, das ist ein Klo. Bitte lass mich raus. Lass mich doch raus! Muss ich mir jetzt schlafen legen? Ich muss mir schlafen legen. Es... Während... die Kamera auf mich... gelöhnt ist. Okay. Ich hab vom freien Himmel geträumt. Hello, hello, hello. What is my job? Carrier vessels console. No liverment detected. Controls unlocked. Hold main level. Oh Gott. Was kann ich machen? Vielleicht auch nochmal mehr jetzt checken? Ach du Scheiße. Anon to me. Good morning. We are ready to begin. Race the lifeform vessel with a main control lever. It will automatically surface. You will find blank data cells in the canister rack along with empty anesthesiös canisters. The lifeform must be unconsciously for the duration of the data pool. Pursue the correct mixture using the subclass weight data tables. Please begin. Where are you eager to get started? Yeah. Was is the main level? Den hier. Okay. Wait. What? Wait. 147 Alpha SC2 Third Level Admin. Okay. Also wir brauchen Alpha Klasse 2 und Wait. 147 Alpha. Alpha Alpha Class Disc Alpha Class Subclass 2 147 wäre 50 40 10 Okay. 15 Was habe ich jetzt gesagt? 50 40 10 So. Äh. 50 Äh. 10 40 Okay. Was grabbelt denn da so hinter mir? Und äh. Ready. Oh was jetzt? It's empty. Äh. Äh. War das jetzt richtig? Warte. Muss ich jetzt das andere nehmen? Ja. Scheiße. Äh. Packen wir dich mal zurück. Geh ich jetzt hier rein? Ne. Nach vorne. Okay. 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 War das richtig? Anscheinend. Okay, das müssen wir jetzt drei Tage machen? Okay, na gut, dann ist ja gar nicht so schlimm, wenn man weiß, was man machen muss. Ach du Scheiße. Was ist denn mit euch nicht richtig? Das war ein Traum. Oh Gott. Ich dachte, das wäre jetzt mein... Also, dann aufs Neue gedrückt halten. So, Wait 88. Klaas? Nee, not available. Not available. Na, das... Krieg ich... Also, warum? Red Level 3. Good work. Your work as yesterday was excellent. The data you pulled for the execution of the Excel is especially considered the fact that this Libertin hasn't been in use for decades. The engineer has finished the settings up the old Surface Analyzer. You can use it to pinpoint exact the data class measured from the otherwise unknown lifeforms. This will aid us in gathering even better data if your work continues at this pace, then we have a big plans for you. So, das heißt, ich muss jetzt hier... The contents of this disc will be erased once eggjet. Okay, scheiße. We haven't met, but I am the engineer. I overheard a conversation from the researchers. You are in trouble. Okay, geil, dass wir jetzt im trouble sind. I'm working on getting you out. I've taken one of the data cells. You'll find it tomorrow marked with an X. Give it to the researchers once you are done. I won't hang around for long. It's either tomorrow or never. See you soon. Okay. Gut, aber jetzt kann ich doch bestimmt hier, äh... So. Warte mal, ich muss den Scanner muss ich hier befüllen. Aber how? So, etwa? What? Ich bin überfordert. Potential life from class is subclass. Äh... Achso, ich muss jetzt... Okay. Ach, ich muss jetzt alle vier so... Okay, verstehe. Ja. Falsche Richtung. Ja. Ausschlussverfahren sage ich nur dazu. Lulululululul. So, ist Beta SC1. Okay, wo ist Beta? Nein. Nein. Beta. Was haben wir jetzt gesagt? Scheiße, vergessen. SC1. So, Beta SC1. Und wir haben Gewicht. 88. Das heißt, 20, 60, 20. Gut. Dann... 20, 60, 20. Richtig? Also machen wir hier 20. 60. 20. Okay, haben wir. Äh, right. Geben Sie bitte einmal Rouse. Danke. Tool. Interessen wechseln wir mal ganz kurz hier hin. So, und wir kriegen morgen eine Kartusche mit X. Die müssen wir da dann durchgeben. Okay, danke schön. Und gute Nacht, meine Freunde. Tschüss. Wir legen uns wieder schlafen. Okay, so, jetzt ziehen wir wieder auf. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier irgendeins, was mit dem X markiert ist. Da. Du bist mit X markiert. Kann ich hier jetzt einfach hier so durchgehen? Geht das? Wahrscheinlich nicht. Okay, scheiße. Okay, das Ding muss ich, ähm, denn nachher füllen. Müssen wir uns merken. Okidoki. So, Thread Level 5, Vessel Condition 100%. Weight 108, okay, ähm, Fabricator Charge Level. Ähm, kann ich dich jetzt hier wieder? Oh Gott. Das ist gar nicht gut. Ähm, I don't know. Charlie, okay. 108, ähm, Charlie. Ich hab nicht geguckt, welche Charlie, Charlie 1? Oh Gott, das geht gar nicht gut aus. Ja, Charlie 1. 108, ähm, T-195. Was? 148. Vessel Conditions. Ach, damit kann ich das Ding reparieren. Äh, 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 understand now. Now, äh, äh, now, äh, 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 check it. Okay, wir machen erst mal kurz den hier. Nein, den wollte ich nicht. Okay. Hey, hier. Müssen wir nicht einmal kurz reparieren. Come on, 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 come on. Wenn ich's zu 100, so ein bisschen, auf 98. 100, okay, sehr gut. Äh, was haben wir jetzt gesagt? Äh, Alpha. Alpha 1. Okay, Alpha 1, rein mit dir. Und 148. Alpha 1. Äh, äh, 84, 8, 8, okay. Nein, 148 haben wir gesagt. Äh, 94, 3, 3. Gut. Äh, gut, dass ich das jetzt hier schon vorbereitet habe. Äh, flutsch, flutsch. Hätte man ja schon mal machen können. So, was hab ich gesagt? 94. Scheiße, ich hab das schon wieder vergessen. Äh, was war das jetzt? Äh, 94, 3, 3. Wir gehen ganz kurz nochmal reparieren. 94. Äh, so. Nein, ich bin zurück. Was ist richtig so? Ne, 94, scheiße, falsch. Äh, hier 3. Und hier um 94. Äh, 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 Eckcheck. 40, wir müssen nicht mal kurz reparieren. Ah, komm, wenn ich es auf 80. Okay, hofer. Äh, du mir jetzt hier rein, du mir jetzt da rein, du nach vorne und geb ihr gut. So, dann suchen wir das X, das ist die hier. Die packen wir mal kurz dazwischen. Danke. Äh, dich dann hier rein, du bist mit dem X, zack, und wo ist mein Starling Knopf? Start. 62, sehr gut. Stressig, ja, wirklich. So, dann haben wir das, und das haben wir jetzt mit dem X, und gib ihm. Lass mich doch raus. Ist nicht richtig. War doch richtig. Hallo? Hallo? Okay. Explosion? Was passiert? Komm, komm raus. Sind wir frei? Ey, da ist unser, unser Kumpel von, von, von der Bahn. Von, von dem Shelter, ich, nein, nein, ich wollte doch sprinten, ich will nicht den Einhandmodus aktivieren. Wer ist er denn? Er hat einen geilen Hut drauf. Geiler Bauarbeiter. Und das Bob, Bob the Bauarbeiter. Nice. Wir sind frei. Oder sind wir? Oder sind wir es nicht? Wir sind free. Oh, geil. Wenn euch das Video so weit gefallen hat, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten danke ich fürs Einschalten. Wir sehen uns bei einem nächsten kleinen Game wieder. Bis dahin, sag ich erstmal. Reingauen. Bis dahin, sag ich mal. Bis dahin, sag ich mal.